Danke, Mr. Spock. Wenn Sie aufwachen, bringen Sie sie in die Sicherheitsabteilung. Captain, Ihre Analyse der Situation war fehlerfrei. Sie hat Ihnen wirklich den Zutritt zu Ihrem Quartier verwirrt. Trotzdem, die Logik, mit der Sie zu dieser Schlussfolgerung kamen, ist mir unklar. Mr. Spock, die Frauen auf Ihrem Planeten handeln logisch. Nur ist das der einzige Planet in unserer Galaxie, wo das so ist.